So, da sind wir auch schon wieder zurück mit mein Vater. Gute Zusammen. Yay. Okay, jetzt suchen wir mal die nächste Seite ab. Sie sind jetzt da oben, wir haben eine Lebensanzeige. Das ist deshalb, weil da unten jetzt Zombies sind. Ach so. Ich muss da vorsichtig sein, wenn ich da runtergehe. A portal or a row of pots. Yep. Nichts versteckt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese verdammten Töpfe abgesucht habe. Okay, schauen wir mal da rein. Use it to achieve keys. Ha, lots of hard to read books. Riddles in the clubby. Dear. The flame egg. Flammendes Ei, huh? Ha, I remember this book. There was a girl who was with mysterious power to control fire. And she goes to a journey to find the family he's been separated from. Proclaiming, burn all those in my way. She did exactly what... that to all her foos. But I think in the end, the power goes out of control and she destroyed the world. So he never met your family in the end. She was all alone. Poor, a poor, poor girl all alone. Genau das richtige Buch für Kinder. If I lost my father, I'll be alone too. I don't want it. No, I don't want that. I have to save for a father quick. Ah, irgendwie schon erodite Geschichte, weil jetzt gerade handelt es unsere Geschichte gerade davon, von ein Kind, was alleine ist. Hm? Net zombies. Here's a handwritten memo in the front. Humans are beautiful, but not... but that beautiful soon fails. Die ganze Spucke weg hier. Okay, that's the law of this world, but I have overturned it. After years of research, I have found eternal beauty. There are bodies that will never fade, even in death. A body as flesh, as when they're still alive. They have eternal beauty with them, he grasped. Ein Buch über unendliche Schönheit selbst nach dem Tod. A diary. Ixtudary Ixten. This is a nightmare. How could this be happening? I killed a bird. Just like... The rest of the page is unreadable. Hast du gehört, mein Freund? Die haben Fogel getötet. Also, achtung. Lots of hard-to-read books. All books on the occult. Data and Life Experimentation. Yep. Here's something stuck in there. Got code memo. Ah, yeah. Mama. Mama. It hurts. Help me. Help. I want to go home. I want to see Mama. Don't worry. I shall take you to her. Once is all over. Now. I want to go now. Mama. 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 Don't fret. But anything will be fine. We just wish to test this medicine. It may hurt a bit. But not much. You will. You soon feel such relief. No. Mama. Stop. I don't want this. No. I don't want that. Not much. Mama. 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 Ja das Ding redet nicht mehr. Lots of hard to read books. Erhole dich erstmal ein bisschen. Das ist eine schwere Zeit. Was ist hier drin? It's locked. Nice. War mit der einen Tür da in der Bibliothek da? Du hast das gesehen. Der wollte da irgendwo reingehen. Okay. Ah, guck. Got a gem. So, was ist hier? Puppen. Got a gem. So, detailliert. It barely seems like a doll. I'm not a mannequin doll. Whoa. The dolls have a creepy smile. Die resten sind alles Puppen. Vielleicht da was? Nö. Dohls. So. Ist das immer noch abgeschlossen? Okay. Hier ist something there. God Pendant. Speichern. Einfach nur so aus Spaß. Kann nie verkehrt sein. So, dann gehen wir noch mal rüber. Das ist doch sicherlich das, was die Frau, die das Kind gemeint hat. Mhm. Das ist ja Pendant. Das ist ja Pendant. Mama. Colina. Mama. Oh, wie süß. So, weiter geht's. Got a gem. Jetzt haben wir die beiden Zombie-Familien wieder zusammengeführt. It's so dark outside. Code Memo. Barrels in the first floor east wall. Chandeliers in entrance hall. Red dolls in door room. Painting in reception room. Oh, ja. I don't know what language this is, but I think I learned a little of this once. Let's see if I can remember. I don't know the code to unlock it. Maybe that note I found is a hint? Code doesn't seem to work. Ja, ja. Okay, nochmal sehen wir uns das nochmal an. La, 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 la. Okay. Jetzt lassen wir erstmal die besagten Orte finden. Das eine war ja der Puppenraum. Ah, ich kann hier kein Dings auspacken, okay. Hier muss ich jetzt aufpassen. So, la, 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 la. Huh. Knapp. Schauen wir uns hier nochmal die Code an. Barrels in the first floor east hall. Chandeliers in entrance hall. Red dolls painting. Ach, die Anzahl müssen wir dann uns merken, richtig? Ja, west wall. Okay, was ist da drin? Hier ist Feuer. I thought I heard someone. Painting of a beautiful woman. The clock is stopped at midnight. A painting of a beautiful woman. Oh shit. Ach, jetzt muss ich, jetzt kommt die Stelle. Ich muss so richtig bescheuert auf, auf die Leertasse drücken. Stop, John. Ah, fuck. Okay, damit hab ich nicht gericht. Ah, jetzt kommt diese, wie nennt man das nochmal, Rapid Fire. Okay. Buttons oder so ähnlich, keine Ahnung. Jetzt muss man wie bekloppt auf, steht und ständig auf den Knopf drücken. Gut, neat, jawohl. Okay. A draft through a hole. Move the painting? Yes. Wird auch einfach durch das Loch gehen, aber wir wollen das Bild nicht weiter beschädigen. Ist eh eingeschrott, Rolf. Ja. Charmin, sie klubi dir. Gut luck charms. If you want the ones who love you, love to be happy, for this, a good luck charm does the trick. All you need is one thing. And this you must have. It is love. Kiss somebody forehead with love and say a blessing. Then they will magically have good luck. Isn't that wonderful? Hey, da me Bücher haben sie hier. Da hab nichts dran. Aus dem Feuer hören wir eine Stimme. Puts. Is a hole in the bucket. Hier ist ein Gem. So. Sonst ist ja eigentlich gar nichts. Okay. So, gehen wir doch mal in die Tür rein. Das ist schon vielversprechend für Blut drauf. Was? Ah. Ja, es sieht so aus, als war jemand baden. Und Blut. Blutshad. Wuh. Und sieht so aus, als machen sich die Puppen auch noch mehr selbstständig. Wird ja immer besser. Ah, kann ich mich jetzt... Why is that doll moving? Is that part of the curse too? A well-maintained flowerpot. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Da ist die Cafeteria, gehen wir mal in die Cafeteria rein. Hier sehen wir mal wieder die freundliche Krähe. Speichern wir doch mal. Da sehen wir la Leiche, it's not moving. Ist auch gut so. Got a gem. Da hab ich jetzt eigentlich. Ach! Sechs von einundzwanzig. Sieht so, jetzt machen wir einen guten Fortschritt. Das auf dem Tisch kannst du nicht aufnehmen? Auf dem Tisch? Da ist nur ne Pflanze. Ach so, ich dachte... Ah ja, jetzt erkennst du es, ja. Und da macht sich jemand immer ne Leiche her. A relevant to Stork defrost the food. I should stay away. Ha. So, da unten ist ein Dings. Ich glaub, da muss ich erst rein. Ja, da kann ich noch nicht rein, weil ich brauche Licht. It's pitch black. So, dann gehe ich mal da rüber. Wow, 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 wow. East Hall. Was stand da nochmal drauf? Barrels in the first floor East Hall. Das wären dann... Sieben. Mal sehen, was da unten ist. Here's something in there. Here's something there. Was ist das denn? Hallo. What is that? Keine Ahnung. Sieht so aus, als würde es aus dem Anime kommen. Tentagelmonster. Ja, die ist ein bisschen zu jung, um schon in Deutsch einen Film mitzuspielen. So, wir haben hier nochmal sieben Fässer. Wir haben hier vier... Wow. Vier von diesen Dings. Sieben. Vier. Sie... Warte, 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 warte. Barrel, sieben, vier... Hm? Fünf, sechs, acht. Sieben, vier, acht. Und in den Reception Room haben zwei Bilder. Sieben, vier, acht, zwei. Sieben, vier, acht. Sieben, vier, acht. Ach, scheiße, warte. Doch, das ist richtig, richtig. Release the luck. It contains mom-belong-ness. It smells like mom. Here's a lamp in there. It might be useful. I guess I take it. Just borrowing this mom. Got lamp. Yay, es wäre de Lust. Is this? Mom's Parfum. Und noch ein Flashback. He is still at work. You, Maria. Doctor. Äh? Fad? Hä? Ah, ja. They are. They are. Doesn't your father always tell you not to go into the basement? M-mom. What they are doing? Um, ba-dum-dum. He... I knew it. He is shitting on me with her. I can't believe this. Some girl he picked up on the streets. I won't forgive him. Some girl you picked up on the streets. Also, hier sind so einige Worte, die man hier falsch verstehen kann. Und zwar so richtig falsch. The stupid thing. Mom usually is so nice. But it seems so different then. I put it back on the dresser after that, but... She took care of it. That's good. After all, mom got us from father on here at university. So I'm sure more of love father to the very end. I take it as a charm. Alright, mom. Warte, ah, wir haben jetzt mal ein Parfüm, eine Lampe. Kann ich mit der Lampe irgendwas machen? Scheint nicht so. Erst wenn wir ins Dunkeln gehen wahrscheinlich. Ah, ich kann mich irgendwie erinnern, ich musste vorher noch was machen. Ich glaube, ich musste sie noch nachfüllen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Genau. Yep, ich muss es... Oh, die Lampe. Okay, ich muss doch nicht nachfüllen. Ah, ich hab... Yep, ich hab was Wichtiges vergessen. Ich hab was Wichtiges vergessen. Raus. Rein. Ich brauch jetzt nämlich diesen dummen Hasen. That real girl is gone. Snowball, the pet rabbit. Take Snowball along. Yes. Here's Snowball. Snowball loves father too, don't you? Und another flashback. Snowball. Snowball, where are you? What do I do? And you likes her too. I'm worried. Snowball, where did you go go to? Where did you get to? I'm worried when you disappeared. I couldn't wrap up that wound with you running around. What, huh? They won't seal it. Hmm. What a troublesome rabbit. Father. Yeah, try not to let Snowball out of your sight, will you? Let rabbit make a mess in the kitchen. Sorry. Snowball must be trying to get a bite of Maria's cooking again. Huh? Did you find Snowball, father? Yes, and I healed the wound while I was added. Good thing father's around. Huh, Snowball? Thank you, father. Snowball's a member of the family. Treated as well as any other. Yay! Man soll glückliches leben. Da möchtest schon glatt, dass Mittagessen wieder hochkommt. Let's go, save father together. Ich kann nur sagen, es wird noch weitere von diesen Flashbacks geben. Aber immer an Stellen, wo man eigentlich versuchen möchte, von Punkt A zu Punkt B zu gehen. Okay. Aber naja. Man muss sich daran gewöhnen. Bei dem Spiel. Ich hoffe dir, das schmeckt, das Mittagessen. Wohl bekommt's. La la la, la la la. So, jetzt muss ich den Hasen da in das Loch reinstopfen. I couldn't fit in there. But maybe Snowball could. Also, du dummer Hase, jetzt geh da rein. So, jetzt kontrolliere ich Snowball. Das ist ja witzig. Ich wundere mich, dass er in der Nacht sehen kann. Leider Oil. So, jetzt ist abgehauen. Hm. Not all. Na, na. Ah, Licht ist ausgegangen. Why wouldn't it work? Please. Was someone behind me? Yes. Just imagine it. So, jetzt hab ich das Öl. Und der Hasen abgehauen. Toller Freund. So. Weiche den Zombies aus. Will mich aus irgendeinem Grund nicht verfolgen. Wahrscheinlich haben sie gerade selber was Wichtiges zu tun. Ja. Da ist immer noch abgeschlossen. Muss ich jetzt selber mal schauen. Wenn die mich richtig erinnern, muss ich jetzt noch ne... Ne... Musste ich jetzt noch ein Feuerzeug holen. Hier kann ich nicht durch. Ich glaub, da ist auch abgeschlossen. Ja, ist auch abgeschlossen. Ähm, ja. Gehen wir da nochmal hin. Schauen wir uns am besten nochmal die Orte an. Weil ich hab nämlich vergessen, wo man nochmal das Feuerzeug findet. Ich glaub, da hat sich auch nix verändert. Ähm. Ja. Ach, da ist auch noch was. Ah, scheiße. Ah, die Dinger nerven. Oh. Njep, das tut weh. Toilette. Da war doch irgendwas... Au, noch, oder nicht? Ah, da ist... Hab ich irgendwas, um es aufzuschneiden? Nein, hab ich nicht. Da ist jemals falsch so ne Kiste. Ich glaub, ich brauch dafür irgendwas Bestimmtes. Vielleicht find ich... Ah, warte. Kann ich das bewegen? Ja, ich kann das bewegen. Uralter... RPG Maker Trick. Mehr oder weniger. Ah, fuck. Weglichen Stuhl. So. Ach, du willst nen seltsamen Sound. Wie ne Drommel oder so. Ja. Cutting Knife. Okay, da ist das Messer. Können wir die Kisten im Nisch öffnen. Damit können wir dann die Kiste öffnen. Empty Lidener. Lider Oil. Fill the Lider with Oil. Okay. So. Danach... Brauchen wir noch irgendwas. Warte. Wir müssen uns doch mal den Monster anschauen. Dein Vater... Mörder. Hallo? Ja, ja, ich hab's grad gelesen. Dein Vater... Mörder. Siehst du? Das ist Deutschland! So. Ich muss uns doch mal das Monster anschauen. Oh. I can get through here. What should I do? It's like the flame egg. Burn all those in my way. Yeah, I can burn it. But how? Ich brauch noch was. Das Feuerzeug ist nicht genug. Vielleicht Öl oder sowas? Ja, das Öl hab ich eigentlich schon verbraucht. Aber... Ha. Wir müssen mal hier speichern und nochmal nachschauen. Ich glaube, ich sollte sie... Auf... Auf, 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 auf. Ah, guck mir. Ich hab' einen unglänzigen Stellen im Weg. Da muss ich nochmal nachschauen. Oh, ja. Ja, genau. Ich muss aufpassen hier. Die Zombies verfolgen mich nicht, aber... Schon dumm, wenn ich an ihnen sterben würde. Und mal wieder sind die ohne Beine komischerweise am schnellsten. Ja, das ist irgendwie unseltsam. Erst das Monster aus dem Bild. Und dann Ellen. Und jetzt auch noch das hier. I can't get through here. Ja, da, da, da. Let's like... La, 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 la. Here's the oil lighter. Erstmal voll Algenölen. Und dann... Burn, motherfuckin' burn! It burns! It burns! It burns! It hurts! Help me! Ah, no! Ja, du musst natürlich wegrennen. Dann wieder zurück. Dann wieder zurück. Dann wieder zurück. Apart. Studio Wooden Boxes. Und ne Krähe. Ich würd mal sagen, an dem Punkt machen wir ne Pause. Und bis zum nächsten Mal. Yo, ciao! Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.